Sachen, die entschieden werden, trennen muss von persönlicher... Weißt du, wenn du jetzt, wenn wir zum Beispiel ein Business machen oder irgendein Projekt machen, du bist einfach völlig anderer Meinung, wenn wir diskutieren, da kann ich aber nicht sagen, ich mag dich nicht mehr, ich bin so als Freund, ich will dich jetzt nicht mehr, ich will dich jetzt nicht mehr Freundschaft machen. Und was meinst du, woher das kommt? Das kann ich so schnell überantworten. Ich denke mal, ich ist Erziehungssache. Also meine Mutter hat mich ja auch alleine erzogen.